Und du kannst dich richtig ausruhen, ja. Jetzt hast du dein Rapsfeld, Sarah. Schon schön. Ja. Das ist das. Sozusagen, wie ich aus Afrika zurückgekommen bin im Flugzeug. Jetzt im Augenblick schon und dann siehst du diese Felder und es war gerade nach South Africa wahrscheinlich so, boah, wie friedlich. Ja.